Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, wollte ich nur mal kurz, bevor das Video anfängt, sagen, hier gibt es jetzt bei mir auf dem Kanal den Psymuni die Tab. Da könnt ihr auch gerne mal reingucken und zum Beispiel abstimmen, was euer Lieblingstier ist. Hier haben bis jetzt 100% um genau zu sagen 3 Stimmen Hund angegeben, aber noch keiner hat Katz angegeben. Vielleicht ändert sich, ja. Oder hier schaut ihr euch die Fußball-WM 2022 an. Könnt ihr auch sehr gerne abstimmen. Das wollte ich nur mal sagen und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit diesem Video. Moilat, herzlich willkommen zur nächsten Folge vom City Bus Manager. Ich stelle hier gerade die Busse auf die Linien ein. Einsatzbereit und Einsatzbereit. So, alle Busse sind eingestellt. Ja, wir haben keinen Bus mehr. Oder? Doch. Ja, der Bus fehlt. Aber jetzt haben wir keinen. So, ein bisschen Zeit schneller laufen. Okay, wir haben eine neue Bewertung. Stadtwerke Bonn ist ziemlich auf einem guten Weg. Das ist schön, dass wir auf einem guten Weg sind. Ja, das finde ich auch. Dass wir auf einem sehr guten Weg sind. Wenn unser Gelände auch noch größer sind, dann ist alles gut. Weil dann kommt, dann läuft alles reibungslos. Dann wird unser Gelände komplett umgebaut. Umgebaut. Ja, ihr habt richtig gehört. Umgebaut. Das heißt, alle Busse sind auf der Arbeit. Das ist also gut. Ja, das ist ganz gut. Das ist ganz gut. Dramatisch. Und mein Satz. Ich fliege einfach gerade mal ein bisschen das Gelände aber müssen wir noch eine Linie ich finde es echt unverschämt dass ständig die Busse nicht kommen soll ich dazu sagen wir erstellen eine neue Linie eine eigene Linie und zwar beginnt es in der Stolperstraße oder in die Stolperstraße dann geht es in den Kindergarten Lommaland genau oder nicht ne weil der Weg ist blöd dann dann in die Schneider Müller Straße dann in den Paulusplatz dann in was für eine Straße ist das in die Bertha Lungs Straße dann in den Zeiss Weg wie heißt der Weg? ja ok zweimal Zeiss Weg ist gut dann Nonnenstraße Sachsen Weg Bonn fährt er dann so dann in die Markthalle dann ins Frankenbad Kunstverein dann halt eben nicht in den Sachsen Weg dann in in die Eifelstraße Mackenhaus dann Bonn West Ellerstraße dann in die Herrstraße dann Stadthaus Friedensplatz Friedensplatz ich glaube in der Nähe ist auch der Mediamarkt oder? das war nicht der Mediamarkt müsste doch dann hier eigentlich stehen naja äh dann in die in die Bertha von Stutthaler Platz Beethovenhaus dann in die Brüdergasse Bertha von Stutthaler Platz mein Gott das sind Namen dann in die Herz Jusostraße dann in die Nassastraße die Königsstraße in St. Petrus Krankenhaus und Endstation ist Poppel Dörferallee ne nämlich Kolmstraße Hauptbahnhof ist Endstation so so yep bestätigen ähm gut das ist okay ähm aber aber wir brauchen noch einen weiteren Bus das weiß ich überlegen die Straße überlegen die Straße muss muss weil sonst kann der Parkplatz nicht sein leider oder wir reißen den Parkplatz an und die Straße und die Straße Straße Bus Stellplatz klein einmal und bitte noch das spiel das spiel das spiel ist ja bin ich warum kann man den Parkplatz nicht einfach anpassen ja okay ich weiß weil jetzt nicht was ich hier gefragt habe ne wir machen das jetzt wieder abhängig äh Straße das ist so ist alles schwierig ist alles wieder beim Halten kauft wochenticket kauftrockenticket kauftrockenticket lassen wir nochmal kurz Zeit vorsprungen beschwert sich über Ausfall der spiel wird wurde automatisch gespeichert diese Meldung läuft auf wir wissen ja mittlerweile das spiel äh äh automatisch gespeichert postfach Carlotta Ball sag hey Chef ich bin aktuell wirklich zufrieden mit meiner Arbeit das ist so schön können wir dich auch mal umbenennen können wir dich auch mal umbenennen vor im Moment können wir auch nichts forschen weil wir brauchen mehr Forschungspunkte die werden wir hier durchkriegen aber aber hätten wir wenigstens einen weiteren Parkplatz ja ich habe keinen Bus da verschraubt wir können das Lager abreißen dann müssen müssen ich habe eine Idee ich habe eine Idee Nämlich Lagerraum so jetzt müssen wir hier noch ein Regal dann kann ich auch so sagen drei ja klar dann an das eine Regal kommt man natürlich nicht ran der Service der Stadtwerke gewonnen ist bereits nicht schlecht ich hoffe sie verbessern sich noch weiter ich finde es gut dass sie äh dass die Busse so oft fahren denn das bedeutet meistens weniger Wartezeit das allerdings war äh ja äh ich wollte jetzt hier das Regal verschieben da hin ok und jetzt probieren wir hier ein paar Plätze zu klatschen bitte bitte ja es klappt oh es klappt sehr schön das ist perfekt das ist einfach nur geil äh ja ah hier steht wieviel Verspätung hier oh die Linie 11 hat 22 Minuten Verspätung ja okay fährt auf der Linie 11 Bus das weiß ich nicht schon so 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 wir wollen ja brauchen jetzt mal macht das neu welchen Bus nehmen wir oh es kann wo der Sprinter werden sehr schön wir nehmen hier äh lokale Vorlage SWB skim Vorlage verwenden anwenden reinigen jetzt stehen hier zwei nebeneinander oh er muss hier waschen er muss in die Wasche beschwert sich über ja ah ja Zoos ein paar Gast auch kommen waschen wir können nochmal Busse hier zuweisen das wäre nicht schlecht so er muss hier rein gereinigt werden so er muss hier rein gereinigt werden ah ja das wird schnell äh äh gehen wer regt sich denn hier die ganze Zeit auf ja ich weiß er muss gewascht werden aber wir haben keine große Waschenlage so nicht mehr von nur Parkplätze ja ich Diese Sorge für weniger Schichtausfälle werden wir auf alle Fälle auch mal schaffen, nämlich wenn wir endlich unser Betriebsgelände vergrößern können. Ah, ich merke schon, das wird geil. Das wird geil. Ich bin mal gespannt. Kann ja nur dann in die Richtung hier sein. Da fahren die Busse schön. Ah, da kommt einer. Einmal bitte reinigen. Ja, nein, nein. Ne, der hier muss nicht gereinigt werden, aber er hier. Dich waschen wir. Dich tanken wir mal auf. Er muss gereinigt werden. Oh, da gab es gerade eine kleine Kollision. Er muss getankt werden. Er muss gereinigt werden. Er muss gewascht werden. Er hier muss auch gereinigt werden. Tanke deine Busse auf. Sechs bewerten. Ich muss heute im Bus auf der Gepäckablage legen. Ah, ja. Ah, ja. Ja, ah, ja. Mhm. Er muss auf der Gepäckablage. Irgendweil da kein Bratz ist. Oh, okay. Ah, ja, die haben auch Kennzeichen. Ja, okay, da machen wir BN. Ah, ja, da machen wir BN. BN. SW. Ja, SW. Ich weiß nicht. Mann, wir mal BN. SW. 100. Kann man die Kennzeichen sehen? Ach, nee, dann ist das ja auch nicht richtig. Ich dachte, man könnte die sehen. Das wäre geil. Ähm, den tanken wir mal auf. Und waschen ihn. Zeit. Ähm. Zuweisen wollte ich. Zeitstrom. Wer fährt zum Parkplatz? Ja, keiner. Also. Zeitstrom. Schwere. Ich benutze die Stadt für Erkoban. Okay. Okay, okay. Also, zuweisen. 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 Es ist kein Busfahrer verfügbar. Wart dies? Kein Busfahrer. Das geht aber gar nicht. Aufordtriesmechanik. Hey, hey, Chef. Schön, dass aktuell alles so gut läuft. Jupp. Finde ich auch. Sind alle Busse hier zugewiesen? Nee, er hier nicht. Aber er hier schon. Ja, dann stellen wir noch mal einen neuen Busfahrer ein, Freunde. Bewerbt euch gerne. Bei der SWB. Nee, bringt das keine Werbung? Die SWB. Klingt aber auch so. Oh mein Gott. Äh, nee. Nur weil wir halt Bonn genommen haben, kommt da jetzt auch Stadtwerke Bonn. Äh, ich überlege gerade, wen wir nehmen. Aber wir brauchen ja einen Busfahrer. So. Christina Wolters, nee, Christa Wolters arbeitet jetzt in ihrer Hoffnung. Ab sofort. Oder nur so. Dann ist das auferlegt. Tanke deine Busse auf. Hier. Den tanken wir noch mal auf. Verkaufe 6000 Fahrkarten. Okay. Und wir haben schnell verkauft. Boah. Es läuft. Es läuft. Es läuft, Leute. Ich finde es gut, dass die Busse so oft fahren, denn das bedeutet meist weniger Wartezeit. Das hat schon mal jemand geschrieben. 3,4 Sterne Bewertung. Oh mein Gott. Holy Moly. Äh, 4000 Euro haben wir. Ja, ich würde sagen, bevor meine Fahrgäste meckern, dass die Folge zu lang ist. Also, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst sehr gerne einen Daumen nach unten da. Abonniert meinen Kanal für mehr solch tollen Videos. Und dann haut rein. Ciao. Spiel wurde automatisch gespeichert. Tschüss.